Checkt hier die 112 für ein alles entscheidendes letztes Leck in diesem fünften Satz. Haben die beiden Jungs sich aber auch verdient. Und dann die 180 zum Start von Borland. Gut mitgegangen von Bradley Brooks. Achtung, das sind fünf. Das sind sechs Perfekte im Desider von Borland. Ist das denn zu glauben? Der Motor ist angeschmissen, er läuft. Das sind sieben. Acht. Mein Vater zum Match! William Borland! Ist das denn zu glauben? Der Motor ist angeschmissen.